Hegestorf, Landkreis ab. In 300m am Ende der Strasse wir uns abbiegen in die Schnitzendorfer Strasse. Ein bisschen Dämen abklaufen. Jetzt nichts abbiegen. Wenn ich jetzt mal rechts komme, kann ich nichts fahren. Das waren fünf Kilometer der Strasse voll. Das sieht auch schon gleich aus. Hinten hier, glaube ich. Dann hat er sich schon gefruchtet, was Joachim hier auch gesagt hat, zu den internen, dass hier viel Platz ist. Ja, war da hin und hat die eingeladen. Hier in der Amtautscher zu kommen. Hier in den Weg gestorven. Schon gleich. Ja, das ist er. Wann der Weg? In der Stadt. Wie könnt ihr das? Stolz. Wann der Weg? Das war's.